Wieder stehen wir vor dem Abschluss eines schwierigen Jahres, aber sind dankbar, dass wir so vielen Kindern helfen konnten, dass wir das Krankenhaus ausbauen konnten und dass sie ihren Anteil an unserer Arbeit geleistet haben. Wir danken ihnen für ihren Beitrag zur Weihnachtskollekte, für ihre Großzügigkeit und dass sie gemeinsam mit uns interessiert sind, unser Krankenhaus weiterzuentwickeln. Ihnen wünsche ich frohes Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Denken sie an den Kinder von Bethlehem und vom Caritas Baby Hospital. Ich danke ihnen für ihre Unterstützung.